Jetzt gehts los! Der Geist möchte mich nicht überreden. Sondern ich ihn! Okay, kann ich das wieder weg tun? Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Und was für ein Geist handelt es sich überhaupt? Oh, ich kann den kaufen. Schau, ich kriege Geld. Ich weiß noch nicht mal wie das funktioniert. Reiche Formen, ihr Satan. Die Tür offen. Oh. Tag 1. Das Paranormal. Oh, ich hab das vergessen. Ich brauch ne Taschenlampe. Tag 1. Ich... Schau mir erstmal von außen das Haus an. Ich seh schon, wenn ich gleich wieder von irgendetwas angegriffen werde. Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Das war ne Lampe. Was? Im Gebäude? Hallo, magischer Geist. Das ist ein Gartenkind. Hallo. Ich find schon, dass die Musik so dramatisch wird. Also... Der Geist ist, äh... Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Äh, kurz zurückziehen. Neu sammeln. Neu formieren. Der... Der macht Druck. Ich hab Druck. Ich hab mich kurz erschrocken. Ich renne. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht, Geist. Wir können normal darüber reden. Kann ich schon erraten, was für ein Geist das ist? Was? Hat das von auch schon geleuchtet? Ich bin... Ich bin verwirrt. Ist das schon mal wie hier drin? Welcher von mir? Hexen. Hexen. Ich hab ne Idee. Ich nehme einfach das Ding mit. Und bete zu Bruder, dass ich das überlebe. Liebling, ich bin wieder zu Hause. Ich... Hab gar nichts gemacht. Boah, ich würde mich so erschrecken, Alter. Ich seh schon. Ja. Ja. Oh nein. Ich hab den Raum schon gefunden. Sieht doch gleich das Messer auf mich. Ein Spiegel. Getropft irgendwas. Oh. Äh, sorry. Das wollte ich nicht. Wie kann ich das... Ich hab mir das anders vorgestellt. Komm, Geist. Trau dich. Oh, ich nimm's rück. Nein, der... Oh, ich kann schocken. Äh. Hä? Wo ist meine Lampe? Hallo? Gott. Panik. Ich hab gar nichts gemacht, Geist. Chill. Chill auf dein Leben. Wir können... Wir können... Wir können... Wir können... Wir können reden. Was willst du? Meine Seeträger bekommst du nicht. Komm ich hier wieder raus, Alter. Gibt's hier irgendwas Schönes? Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Komm. Wie schön deine... Blätter. Wie schön deine... Ich mach die Tür wieder zu. Und dann verpiss ich mich hinweg, hinweg, du Schwein. Alter, ich kann das schocken. Äh. 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 Junge. Das ist... Das ist wild. Christi wird mich schützen. Boah. Digga, das ist so komisch einfach. Das ist ne andere... Christus wird mich schützen. Hörst du, Geist? Christus wird mich schützen. Ich wusste nicht schon, dass ich es gesagt habe. Äh. Es war alles ein Scherz. Es ist ein Prank, Bro. Es ist ein Prank. Alter, wenn jetzt aus dem Fernseher irgendwas rausgestammt, Alter, dann flippe ich aus. Es ist ein Prank. Ja, übertreib mal direkt. Also klopfen... Irgendwas tropft. Von links. Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen soll. Der Geist kommt. Soll ich einfach das Ding hinwerfen? Digga! Ich würde ehrlich sagen, das ist... Gruseliger als... ...Pasmo. What the fuck war das? Ich hab alles von oben? Ich hab keinen Bock hoch zu gehen. Komm, hör auf zu klopfen. Miss Kerl. Digga! Ist das dunkel? Ich erkenne da gar nix. Oh! Bücher fliegen! Möge Gott dich schützen! Möge der Leipzig schützen! Äh, ich... Habe ich noch irgendwas anderes? Ich dachte, ich hab einen Spiegel. Scheiße, der kommt zu mir. Äh! Kann ich aufs Bett springen? Ne, der ist unten. Warte mal. Kinderzimmer? Da war ich doch gar nicht. Warte mal. Der ist hier oben. Oh oh. Digga, komm. Trau dich. Oh! Oh nein! Das ist dein scheiß Problem! Hä? Was ist dein scheiß Problem? Was ist denn da nicht jetzt so? Ich wollte nicht in den Garten, aber danke. Wir können gerne grillen. Was? War das mein Charakter oder warte, 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 warte? Wo bist du? Ich hab gar nichts gemacht. Also im Gartenakt geht das gar nicht. Was für ein Guard? Sagt die Guard oder... Na, ah! Ah! Ich hab meine Gate schon durch. Mit Charakter. Ja, mit Guard, Guard. Na, rah! Ich find's schön, dass das Auto mal klopft. Okay, interessant. Ich bin noch nicht mal im Gebäude drin und das hat schon richtig so angefangen Stress zu machen. Digga, lass mich in Ruhe. Ich hab keine Ahnung, Digga. Hör auf mit den Rrrr! Fußspulen. Ich hab keine Fußspulen gesehen. Also Strom hat die ja schon angemacht. R.S. Hallo, Geist. Auf Wiedersehen, Geist. Ey, das war alles ein Scherz, man. Wir können Freunde bleiben. Ey, ey, Bro, ey, komm. Lass mich bitte in Ruhe. Ich hab dir nix getan. Wieso geht die mir hier nicht dann? What the fuck? Also... Ich habe gelernt... Das... Ich will einmal drinnen, Alter, und dann dreht völlig alles hier durch, man. Schau mal, Lichter gehen an. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Okay. Ich, ich geh. Sorry. Sorry. Oh, ich geh. Ich lass mich doch in Ruhe. Digga. What the fuck war das? Also, ich geh jetzt noch einmal rein. Und wenn ich sterbe, dann ist das so. Und wenn ich überlebe, rate ich einfach. Ach, ich hab keine Ahnung. Ja, einmal hier nochmal. Einmal, 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 einmal. Einmal, einmal around the world. Oh, hier hat mich. Ich glaub, das hinter mir. Das hat mir irgendwas zu. Ich weiß es gut. Trump's here incoming. Trump's here incoming. Oh nein! Hab ich mich verteidigt? Was? 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 Wer war denn? Wer war denn? Ich sterbe. Auf Wiedersehen, Bait. Kann ich übrigens das Fenster hier abhauen? Lass mich doch in Ruhe. Ich hab dir nichts getan. Müssen wir nicht irgendwas tun? Oh, Gottes Willen. Alter. Junge, hab ich mich erschrocken. Alter, das muss man zu dritt oder zu viel spielen. Das wird richtig lustig geworden. Und ich sehe schon, wie die anderen Boys rumschreien. Oh, Junge. Alter. So unerwartet kam die Scheiße. Kurz hätte den Park bekommen. Herrlich.